Für die Apple Pie wird zunächst der Pastetenteig vorbereitet. Der Link zu dem Video sowie das Rezept stehen in der Infobox. Die Hälfte des Taiges wird dann schon einmal dünn ausgerollt und in die Form gelegt. Für die Füllung werden die Äpfel geschält, die Kerne entfernt und in grobe Stücke geschnitten. Anschließend werden sie mit dem Zitronensaft und dem braunen Zucker vermengt. Das Mehl wird mit Salz, Zimt, Orangenschale und Muskat vermischt und ebenfalls gut unter die Äpfel gehoben. Das Mehl bindet den Saft der Äpfel, der beim Backen austritt. So wird der Boden nicht zu matschig. Die Füllung wird dann in die Form gegeben und verteilt. Anschließend wird der restliche Teig dünn ausgerollt und auf die Füllung gelegt. Die Füllung wird dann in die Füllung gelegt. Der Rand wird am besten mit einer Küchenschere auf ca. 1 cm abgetrennt, dann eingeklappt und in Form gedrückt. Zum Schluss wird das Eigelb mit der Milch vermengt und auf die gesamte Oberfläche aufgepinselt. Wer mag, kann oben noch Zimtzucker drauf geben. Majesty in Ballιia 스킬 Max Ali Sk億 Damit beim Backen die Luft entweichen kann, müssen noch vier kleine Schlitze in den Teig geschnitten werden. Die Apple Pie kommt dann bei 180 Grad ca. 45 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen muss die Pastete unbedingt auskühlen, bevor sie angeschnitten wird, da sie sonst auseinander fällt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken.